Hallo? Kannst du mich hören? Ja. Hallo. Englisch? Ja, ja. Ja, woher bist du, Mann? Was? Woher bist du, Mann? Ich bin von Griechen. Ah, kannst du Englisch-Russian-Elanos-Guanischen? Was? Kannst du Englisch-Elanos essen? Das ist nicht Englisch, Bro. Arme Ohren, Alter! Mach mal den Vogel leiser. Hörst du mich? Ja. Hast du Deutsch? Ja. Kannst du deinen Vogel bitte leiser machen? Wie geht das denn? Was? Das geht nicht. Wie, das geht nicht? Doch, einfach nur leiser drehen, wenn er geht. Das ist ein Vogel nicht eine Maschine. Ja, aber kannst du den bitte leiser machen, bitte. Wie? Sag nicht einfach wie? Wie? Ach so, du gehst zu dem Vogel und machst den leiser. Das geht, guck mal, fuck es aus. Aus? Also, kannst du den ausmachen, den Vogel. Ja, was willst du nicht töten oder was? Nein, bist du verrückt? Kannst du nicht sagen, Alexa, bitte Vogel leiser machen. Was? Ich habe keine Alexa. Ah, aber das tut weh in meinen Ohren. Mach das leise. Ist der Vogel in deinem Zimmer? Nein. Ich bin jetzt in dem Wohnzimmer und der Vogel ist auch bei dem Wohnzimmer. Warum? Mach ich zu, das ist noch leicht. Aber du hast gesagt, der Vogel ist nicht in deinem Zimmer. Das habe ich nicht gesagt. Kann man einfach, hör auf, sprich nicht über diesen Vogel. Okay, bitte. Okay, kannst du nur sagen, wie der Vogel heißt? Ich will nicht sagen, ich fühle es peinlich. Aber sage ich das. Nein, das muss nicht peinlich sein. Alles gut. Wie heißt der? Er heißt Gelbi, weil sie ist gelb. Wie heißt der Gelbi? Ja, Gelbi. Gelbi, oh, cooler Name. Und wenn du dir einen roten holst, heißt der roti? Ja. Ich hatte eine, was heißt, blaui, aber er ist gestorben ein paar Wochen. Oh, hattest du auch eine schwarzi? Nein. Ich hatte zwei, aber du hast gestorben. Oh, tut mir leid. Kannst du mal Gelbi fragen, wie es ihm geht? Glaubst du, die kann sprechen? Ja. Nein, die kann nicht sprechen. Wieso nicht? Die sind nicht wie Papagei, sie sind einfach wie ein normaler Vogel. Es ist ein Vogel von draußen, hast du den geholt. Oh, ich habe mich geschniped. Was ist das für eine Vogelrasse? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe einfach Geschenke bekommen. Von wem? Von meiner Oma. Von wo hat die den? Äh, Onkel. Okay, weil mir fehlt ein Vogel, der ist gelb. Der wurde geklaut, letztes Jahr. Und erst mal geklaut? Ja, bei mir hat jemand einen gelben Vogel geklaut. Warst du das? Erstmal, ich habe es nicht geklaut. Einer hat mir das geschenkt, das gegeben. Erst. Glaubst du echt, mein Onkel hat echt geklaut? Ich weiß nicht. Mein Onkel ist nicht so schlecht, buddy. Was ist dein Onkel? Erstmal, das kann nicht sein, weil mein Onkel ist in Griechenland. In Griechenland wurde mir ein Vogel geklaut. Komm, jetzt hör auf, wir sprechen über Vogel. Und jetzt wir sprechen über Vogel. Ich wollte dich fragen, hast du einen Vogel? Ja. Ist nicht schlimm, es gibt viele Leute, die einen Vogel haben. Ja, ich habe nicht gesagt, das ist nicht schlimm. Also du hast einen Vogel. Hat der nun auch einen Vogel? Äh, nee. Also nur du hast einen Vogel. Ich bin der Eigene von meiner Familie. Oh. Also du bist so der Einzelfall. Und du hast einen Vogel von deiner Familie. Mhm. Oh, wow, okay, okay. Was ist, wenn dein Vogel ein Kind bekommt und die Farbe ist blau und gelb? Blau und gelb. Was ergibt? Orange. Orange. Ja, okay, aber es ist wie ein Spiele oder orange. Ich nenne es orange. Ja? Oder, keine Ahnung, Lila-Li? Nein, das kann nicht sein, Lila-Li. Nein, das ist komisch. Nein, das ist doch, das ist nicht komisch, das ist voll normal. Boah, die Lila-Li. Okay, komm, Lila-Li. Das ist ein bisschen komisch. Nein. Ich habe sowas noch nie, noch nie, das ist voll, wow. Und, ähm, was ist, wenn dein Vogel schwarz und weiß ist? Wie nennst du ihn dann? Ja, grau. Sollen wir nochmal eine Runde spielen? Ähm. Im Team bleiben, komm. Ja, okay, okay. Ich muss was machen, ich komm wieder. Okay, aber bitte komm wieder. Ja, ja, kann so. Ach so, wie kann ich noch machen, dass ich auf dem rechten Stick rutschen kann? Wie geht das? Was spielst du? Wieso? Ja, wegen rutschen. Nein, nein, ich sitz. Oder wie meinst du? Also, ich habe, ich habe, ich habe gerade gedacht, du, du hast gefragt wegen, ja, im Vortil rutschen. Also, ne, mein Onkel sitzt gerade auf meinen Schoß und ich sage, dass wir wegrutschen. Ja, ich komme mal rüber und du lachst schon wieder im Tisch, ey. Hallo, hörst du mich noch? Mein Onkel ist aber jetzt weggerutscht. Geht's dir gut? Hast du ein Taschentuch bei dir? Ich bin krank. Oh, was hast du? Soll ich dir ein Medikamente holen? Wo wohnst du? Ja, ich rede doch. Ich rede doch. Ich höre dich doch. Ich sag mal so, der heute ist alle so fertig. Ja. Wie heißt du? Wie bitte? Ob du mal Bock zu chatten hast? Ich glaube. Hast du Ebay? Nö. Kannst du dir Ebay runterladen, damit wir chatten können? Mache ich später. Danke. Aber nicht Sachen von mir kaufen, die sind für andere Leute. Hahaha. Mann, Onkel nervt mich. Ich muss ihm die Pickel gleich ausdrücken. Lass ihn auch im Ongel in Ruhe. Aber ich muss ihm gleich die Pickel ausdrücken. Hahaha. So, was machen wir jetzt? Jetzt höre ich mich. Ah, jetzt höre ich dich auch. Ich glaube, Alfred, du musst noch mal den Headset ausstecken. Ähm, wie meinst du mein Headset? Ich spiel ohne. Ich rede in meinen Controller rein. Alter, 327, ich glaub's nicht. Onkel, weißt was? Siehst du aus? Ich mach den Pickel weg von der Arschbacke bei dir. Onkel. Naja. Ey, das denn? Ja, ich bin grad wirklich live. Wo bist du denn jetzt live? Ach so, auf YouTube. Jetzt hör ich schon wieder. Was hast du gemacht? Ich hab dich entblockt. Hahaha. Wie viel aufrufen wir im Durchschnitt? Weiß ich nicht. Vielleicht so 5-10.000. Hahaha. Wie heisst du denn? Ich heiße Stiller Junge. Scheiße, der Name sagt mir irgendwas. Scheiße, der ist ja wirklich live. Hahaha. Wie viele Zuschauer hast du? Hahaha. 350. Ich hab gesagt, denn seine Stimme kommt mir irgendwo bekannt vor. Der eine hört sich an wie mein Ex, schreibt einer. Hahaha. Ja, der lacht oder der die ganze Zeit rumschneidet? Der, der wohl lacht. Haha, geil, danke. Schönen Abend noch. Danke, euch auch. Wie alt bist du, kleiner Mann? Wie alt ich bin? Ja. Doppelt so alt wie du, würde ich sagen. Nein, ich bin 16. Jetzt bin ich mehr wie doppelt so alt wie du sogar. Warte, 16 plus 16. 30? Boah, das geht noch. Ja, wie gesagt, mehr wie doppelt so alt. Ich bin 43. Kannst du mir vielleicht bei einer Sache helfen? Weil ich find's cool, dass du ein bisschen älter bist und ich hab ein Problem mit meinem Onkel, Kali. Ja. Also was vor kurzem passiert, aber nicht lachen, okay? Nein. Letztens mein Onkel, der trinkt viel Bier, weißt du? Ja. Und der war letztens ein bisschen betrunken. Also betrunken ist, wenn man Alkohol trinkt, dann passiert das, weißt du? Ja. Hat mich am Nacken gepackt, hat sein T-Shirt hochgekrempelt und hat gesagt, ich soll seine Pickel ausdrücken. Was ist denn das, ein perverse Onkel? Wie meinst du? Kannst du mal eine Schelle? Das ist mir so ein bisschen pervers jetzt hier. Wie meinst du pervers? Das ist ja nicht schön. Kannst du mir mal vielleicht helfen, wenn du mal zu mir kommst? Ich will auch nicht zu dir kommen. Wieso nicht? Weil ich das nicht möchte. Wir zocken und wenn mein Onkel kommt, dann drückst du ihm die Pickel aus und nicht ich. Ich drück den Geiz aus. Wieso nicht? Weil ich das nicht mache. Aber bitte. Nee. Du kriegst auch die Schutzbrille. Ich will das gerne haben. Du kriegst die Geschenke, du kannst ihn mit rausnehmen. Ich möchte die nicht geschenkt haben, ich hab genug Schutzbrille daheim. Wenn wir mal zusammen zocken, dann kann ich dich anpusten, weil ich hab keinen Ventilator. Ich möchte, dass du mich anpustest. Bist du irgendwie ein bisschen Banane in der Birne? Wie meinst du jetzt? Bananen oder Birne? Was jetzt? Hä? Meinst du, ob ich Bananen mache? Geht so. Aber mein Onkel, der hat die besten Bananen immer mitgebracht von damals. Hallo, was machst du? Warte, immer treff ich so komisch, ey. Aber nehmen wir mal.